So, magst du noch was? Das rote Hörnchen ist noch da unten. Kannst du dir schnell noch eine Nuss holen. Komm, zack. Jawohl, guck mal, jetzt halte ich es mal hier hin. Da weiß ich, ob du das Frühstückshörnchen bist. Nein, du bist es nicht. Ja, da muss ich mich entschuldigen bei den roten Hörnchen, aber du rennst dem Frühstückshörnchen auch nach. So, jetzt klappt es immer noch. Sehr schön. So, und das dauert auch jetzt nicht lang. Da klopft ihr zwei euch wieder. Weil Spiel ist das nicht. Aber jetzt könnt ihr euch schon mal einen Abstand von drei Metern versorgen. Oh, oh. Bewegung. Wie, du machst denn einen richtigen Buckel? Kommst du jetzt von oben?